Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mir aus den Resten des Heckzeltorps eine Markise bauen will. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen. Ich habe mir im Campingzubehörhandel eine sogenannte Kedda-Schiene und einen Kedda gekauft. Den Kedda schiebt man einfach so in die Schiene. Mein Caddy hat zur Befestigung vom Dachgepäckträger Gewinde im Dach. Das heißt, einfach jetzt rausschrauben, dann ein zufälligerweise passendes Loch in der Schiene auf 8 aufbohren, entgraten und reinschrauben. Somit kann ich dann für die weiteren zwei Löcher ziemlich perfektes Maß anzeichnen. Ankörnen, Löcher rein, noch Fensterdichtungsklebeband auf die Unterseite, damit kein Wasser drunter durchfließt. Und schon kann ich die Schiene montieren. So, jetzt erstmal Feierabend. Achso, auf das Dichtkonzept an der Schraube bin ich jetzt nicht eingegangen, weil das sehr, sehr von der Unterseite der Kedda-Schiene abhängt. Zur Not halt mit Silikondichten. Eine Bekannte hat mir den Kedda ans Tarp genäht. Vielen Dank Ulla. Und jetzt einfach ausprobieren. Musik 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 Musik